Eigentlich ist der Ursprung des Beefs zwischen Capital Bra und Flair ziemlich verrückt, zumal Flair Capital Bra eigentlich im Interview mit der Backspin Props gab. Der Neuzugang von Erskuta Junge hat aber scheinbar das Lob, dass er Bushido hätte sein sollen und nicht andersrum nicht verstanden. Man kann natürlich darauf schließen, dass Capital nicht den nötigen Horizont für die Interpretation so eine Aussage hätte. Für viele liegt der Grund jedoch in den Substanzen, die der Berliner Rapper in seinen Texten immer wieder thematisiert. Zu Schluss folgerten viele, dass Capital Bra schlichtweg zu viele Drogen konsumieren würde und dies seine Psyche und sein Auftreten in der Öffentlichkeit veränderte. Bereits ehemalige Freunde und Kollegen rund um Team Kuckoo äußerten sich schon diesbezüglich. Bushido erklärte zuletzt jedoch, dass Capital Sanktionen gegen Flair den Zusammenhalt im Erskuta Junge Camp beweisen würden. Nachdem Capital Bra Flair im Rahmen einer Videoansage drohte und ihn als Hund bezeichnete, meldet sich jetzt der Maskulin Chef mit einem gut gemeinten Ratschlag für Capital und vor allem dessen Umfeld. So schreibt Flair via Facebook, dass die Älteren in Kapis Team sich um ihn kümmern sollten, da die Aktionen der vergangenen Tage für ihn klar auf seinem Drogenkonsum basieren würden. Flair hoffe, dass er sein Leben auf die Reihe bekomme und dass seine Karriere nicht weiter kaputt mache. Er fände das zudem sehr fahrlässig und zwar von allen. Damit meint er sicherlich auch die Fans. Der Beef schlägt aktuell extrem hohe Wellen und so ist es ein Top-Thema, teilweise auch über die Hip-Hop-Medien hinaus. Man solle so eine kranke Person nicht noch im Verhalten bestärken. Am Ende seines Statements wird er noch etwas direkter und spielt auf seinen ehemaligen Kollabo-Partner an. Wenn der Label-Chef und erst guter junge Beef wolle, damit zielt er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf Bushido ab, solle er direkt kommen. Flair bezweifle jedoch, dass dieser das wollen würde. Via Instagram adressiert Flair Bushido übrigens direkt. Obwohl Capital Bra vor allem bei der Jugend eine enorme Fanbase innerhalb des letzten Jahres aufbauen konnte und Verkaufsrekorde aufstellte, ist der aktuelle Beef sicherlich nicht förderlich für den jungen Künstler. Bereits in der Vergangenheit machte Capital Bra ziemlich merkwürdige Business Moves. So sagte er kurzerhand seine Festivaltour ab, da er nach dem Wechsel zu erst guter Junge keinen Backup-MC finden konnte. Die Booker und Organisatoren der Festivals waren nach dieser Absage und Ernennung des Grundes sicherlich nicht sonderlich erfreut. Zumal das Live-Geschäft eine wichtige Einnahmequelle für die Künstler geworden ist. Nach den fast täglichen Releases neuer Videos und Tracks geht es jetzt also mindestens genauso chaotisch, aber öffentlichkeitswirksam weiter. Es wird sicherlich nicht lange dauern, bis Capital Bra oder das erst guter Junge-Umfeld auf das Statement von Flair reagieren wird. Übrigens hat Miami Yassin jüngst auf den Seitenhieb von Flair auf Gänsehaut reagiert. Einen Link zur Antwort findet ihr unten in der Beschreibung, sowie alle relevanten Links rund um den Beef zwischen Capital und Flair. Wie siehst du Flairs Reaktion auf die Drohung von Capital? Denkst du er hat recht? Und wird es zu einem neuen öffentlich ausgetragenen Beef zwischen Bushido und Flair kommen? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop News abonniere den Kanal.